Ich habe noch nie sowas leckeres gegessen. Und wie cremig ist das bitte? Ein Traum. Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt bestimmt schon den Karton hier gesehen und ihr habt es schon im Titel gesehen. Es gibt Food News und zwar gibt es ja zwei Proteinriegel von GetVuel. Die sind auch noch relativ neu. Das sind ja vegane Proteinriegel, die super, super gute, natürliche Inhaltsstoffe haben. Und GetVuel hat auch noch zwei neue Protein-Spreads gelauncht. Und alles werden wir in diesem Video nochmal testen. Ein Video habe ich ja bereits zu dem GetVuel-Riegel mit der weißen Schokolade, der in Zusammenarbeit mit Rahel entstanden ist, gemacht. Verlinke ich euch nochmal in der Infobox, aber den schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an und testen den auch nochmal. Lasst dem Video schon mal gerne ein Däufchen nach oben da, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, packen wir jetzt mal dieses Paket aus. Also ich habe es euch ja gerade schon gesagt, es geht um die GetVuel-Riegel und vor allem auch um die GetVuel-Protein-Spreads. Die sind ja noch relativ neu oder die sind richtig, richtig neu und die Riegel, die sind ja noch relativ neu. Und falls ihr die noch nicht probiert habt, macht das unbedingt mal. Ich habe hier jetzt übrigens eine Mixed-Box von den Protein-Bars zugeschickt bekommen. Ihr habt ja einmal die Riegel mit der dunklen Schokolade und halt auch einmal die Riegel mit der hellen Schokolade drin. Als ich die bestellt hatte damals, wollte ich halt unbedingt am liebsten auch beide bestellen, aber den von Rahel auf jeden jeden Fall. Und dann habe ich mir halt letztes Mal nur die weißen bestellt. Da gab es die Mixed-Box noch nicht und die gibt es halt jetzt, was ich richtig, richtig cool finde. Falls ihr beide halt probieren wollt, könnt ihr das so perfekt machen. Und die dunklen, die haben ja auch nochmal ein Upgrade bekommen. Also da wurde die Rezeptur nochmal ein bisschen angepasst. Da wurde auf das Feedback eingegangen, was ich richtig cool finde. Und deswegen bin ich umso gespannter, die jetzt gleich auch mal zu probieren. Weil ich fand die mit der weißen Schokolade einfach schon köstlich. Aber wir gucken uns das jetzt gleich nochmal ganz in Ruhe an. Auf jeden Fall sieht das so aus, auch richtig, richtig, richtig schön. Und dann bin ich so gespannt auf die Protein-Spreads. Letztens auf dem Teweo-Event, also auf der Fibo, waren wir auch abends noch zusammen essen. Da habe ich ganz lange noch mit Rahel gequatscht. Und da hat sie mir auch von den Spreads vorgeschwärmt. Und hier haben wir Caramel Peanut Crunch und der soll richtig, richtig gut sein. Und ich zeige euch gleich auch nochmal die Zutaten und die Nährwerte. Aber die sind hier auf jeden Fall mega, mega gut. Vor allem, weil halt mit Erythritol gesüßt ist, haben die halt eigentlich kaum Zucker. Halt auch noch Protein dabei. Das finde ich sehr, sehr cool. Ist auch perfekt, um über das Müsli irgendwie drüber zu geben. Und es gibt, wie gesagt, noch ein zweites, ein schokoladiges. Das ist Cocoa Peanut Crunch und auch hier vegan, organic, natural. Auch hier ist es nicht mit normalem Zucker. Und ja, das gucken wir uns jetzt gleich auch an und testen das natürlich. Und so ein Taste-Test-Video macht immer besonders viel Spaß. Ach so, ich habe übrigens netterweise einen Rabatt-Code bekommen. Also, falls ihr die Sachen auch mal testen wollt, könnt ihr mit GetMarie 10, 10% Rabatt sparen. Ich packe euch auch einen Link in die Infobox und auch nochmal den Code. Dann könnt ihr da gerne vorbeischauen, falls ihr auch was probieren wollt. Genau, und vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich wirklich direkt mit dem Taste-Test anfange. GetBiul ist ja eine Marke von Lini Spites. Und falls ihr Lini Spites noch nicht kennt, was ich nicht glaube, aber falls ihr Lini Spites noch nicht kennt, bestellt euch unbedingt mal was. Es gibt so leckere Sachen und es wird halt einfach Wert darauf gelegt, dass es natürliche Zutaten sind, dass es Bio ist und es aber trotzdem auch schmeckt. Und genau, also falls ihr auch zum Beispiel die Lini Spralinis noch nicht kennt oder auch die Lini Spreads, es ist einfach so, so lecker. Ich glaube, wir fangen mit den Riegeln an. Ich bin da nämlich so, so gespannt und dann heben wir uns die Spreads noch fürs Ende auf. Und ich fange auch, glaube ich, dann direkt mal mit dem schokoladigen an, also mit dem Crispy Dark Choc High Protein Butt. Den kenne ich ja selber noch nicht. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, falls ihr die schon getestet habt, wie ihr die findet. Und was wir halt sonst mal vielleicht noch in den nächsten Videos testen sollen, weil so Food News Videos, Food Test Videos finde ich immer richtig spannend. Gucke ich mir super, super gerne immer an, bevor ich mir vor allem auch manchmal selber Sachen kaufe, gucke ich erst mal, wird das gut sein oder ne? Aber meistens, ja, macht es natürlich auch immer Sinn, sich nochmal selbst ein Feedback einzuholen. Aber vielleicht erfährt man ja auch schon irgendwas, wo man sich schon denkt, nee, das wird mir nicht schmecken oder so. Auf jeden Fall haben wir hier einen veganen Bioproteinriegel mit Sonnenblumenprotein, Krispies, Schokoladentropfen und Zartbitterschokoladenüberzug. 198 Kalorien pro kompletten Riegel und 11 Gramm Eiweiß. Und halt wirklich nur natürliche Inhaltsstoffe, was ich richtig, richtig cool finde. Und so werden das auch die meisten Leute vertragen. So sieht der Riegel auf jeden Fall aus, richtig schön mit Schokolade überzogen. Und jetzt schneide ich den auch einmal an. Und dann sieht er von innen so aus, richtig lecker. Man sieht auch so schön die Crispy-Stücke. Und es ist ja immer schön, wenn es schon lecker aussieht, aber es muss ja auch lecker schmecken. Deswegen bin ich jetzt super gespannt. Es riecht schon mega, mega schokoladig. Mh. Der schmeckt so lecker. Ich bin ein absoluter Zartbitterschokoladen-Fan. Und man schmeckt hier überhaupt nicht, dass es ein Proteinriegel ist. Die Schokolade ist genau so dieses leicht Bittere, was ich als Zartbitterschokolade liebe. Die Konsistenz ist der absolute Hammer. Leute, ich würde auf jeden Fall 10 von 10 Punkten geben. Das schmeckt mir gerade so gut. Mh. Ich bin wirklich sprachlos. Was für ein leckerer Riegel. Also wenn ihr Zartbitterschokolade, dunkle Schokolade mögt, werdet ihr den lieben. Und der schmeckt überhaupt nicht nach Proteinriegel. Also nicht ansatzweise diese Konsistenz, weil ihr vielleicht auch nicht-vegane Proteinriegel kennt. Haben die ja manchmal so eine wappschige Konsistenz. Ist hier gar nicht so. Also der ist wirklich super, super lecker. Ich mache mir noch ein Stück ab. Mh. Wow. Also kann ich euch empfehlen. Dann machen wir auch schon weiter mit dem Hellen. Den habe ich ja wie gesagt schon mal getestet. Aber vielleicht hat der ein oder andere von euch das Video noch nicht gesehen. Deswegen machen wir das jetzt nochmal zusammen. Und das ist der Peanut White Chalk High Protein Bar in Zusammenarbeit mit Rahel halt eben. Die hatte die Idee dazu. Und was daran besonders toll ist. Es handelt sich einfach um einen veganen Proteinriegel mit weißer Schokolade. Und korrigiert mich. Aber ich meine, ich kenne keinen veganen Proteinriegel mit weißer Schokolade, der so tolle Zutaten hat. Also ich weiß gerade gar nicht, ob es überhaupt einen gibt. Egal, ob der dann gute Zutaten hat oder nicht. Aber schreibt mir das auf jeden Fall sonst gerne mal in die Kommentare. Aber dann auch noch einer mit weißer Schokolade, der so gute Werte hat. Und auch hier blende ich euch natürlich einmal die Inhaltsstoffe ein. Und das ist halt eben ein veganer Bio-Proteinriegel mit Erdnüssen und Sonnenblumen-Protein-Crispys und weißer Kakaobutter-Zubereitung. Das ist wieder vegan. Das ist organic, natural. Und ich weiß ja schon, dass mir der Riegel super, super gut schmeckt. Und jetzt bin ich nochmal umso glücklicher, dass ich ihn wieder zu Hause habe. Daniel hatte auch schon gesagt, dass er den nachher unbedingt, wenn ich das Video gedreht habe, auch wieder probieren möchte. Und so sieht der von innen aus. Und auch hier sieht man wieder die schöne Schokoschicht. Und dann sieht man hier sogar noch so ein paar Erdnussstückchen und dann die Krispys und die Schoki außenrum. Und der riecht auch schon richtig lecker nach Erdnuss. Geschmacklich ist der einfach top. Diese weiße Schokolade, die schmilzt sofort im Mund, wenn man da drauf beißt. Und es schmeckt halt so nach Erdnuss dabei. Ganz anders dann in dem Fall als der dunkle. Süßlicher natürlich, weil es weiße Schoki ist. Aber beide auf die eigene Art und Weise top. Wirklich so gut gemacht. Wenn ihr helle und dunkle Schoki mögt, dann bestellt euch auf jeden Fall die Mixed Box und probiert die mal. Wir haben bei dem mit weißer Schoki sogar 13 Gramm Protein pro Riegel und 202 Kalorien. Also da sind die eigentlich beide gleich. Es ist so lecker. Man könnte die jetzt so aufessen. Beide. Ein Traum. So und jetzt haben wir die beiden Proteinriegel getestet. Und umso gespannter bin ich jetzt natürlich auch auf die Protein Spreads. Da haben wir einmal Cocoa Peanut Crunch. Ich glaube, ich werde damit anfangen. Und dann haben wir den Caramel Peanut Crunch Protein Spread. Die sehen beide einmal so aus. Ach, die sehen so schon. Also das Design ist übrigens auch mega schön. Und die sehen so, so lecker schon aus. Und auch die sind natürlich vegan, organic und natural. Und hier sind auf 100 Gramm 483 Kalorien. 4,5 Gramm Zucker nur. Und 25 Gramm Eiweiß. Also richtig gut. Und wir haben hier nur Erdnüsse drin, Süßungsmittel, Erythrol, Kakaopulver, Reisprotein und Bourbon Vanille. Also super wenig Zutaten. Nur natürliche Zutaten. Und ich werde den jetzt mal öffnen. Okay, wow. Das sieht gut aus. Ich muss euch das mal mit dem Handy noch mitfilmen. Das sieht so, so lecker aus. Ich zeige euch das jetzt gleich auch mal in der Kamera, in der Aufnahme. Aber ich mache das hier gerade im Video. Und es ist einfach diese Stückchen da drin. Die Konsistenz ist wirklich wie so ein Nutella. Schaut mal. Das sieht so gut aus. Da sieht man richtig die Stückchen drin. Und die Konsistenz ist so cremig. Also ich glaube, das kann man sich auch richtig gut auf einen Pancake schmieren, übers Frühstück geben oder aufs Brötchen. Und es riecht schon so gut. Ich probiere jetzt einfach mal hier den ganzen Löffel. Das schmeckt so lecker. Ich wünsche dir, könnt ihr das probieren. Das sieht nicht nur aus und riecht wie Rocher. Es schmeckt auch wirklich so. Dieses, kennt ihr das, wenn ihr in ein Rocher beißt und dann so dieses Flüssige drinnen? Genau so schmeckt einfach dieser Spread. Und dann, dass es auch noch gesunde Zutaten hat. Ihr müsst es probieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Auch eine absolute 10 von 10. 12 von 10. Dann gucken wir uns jetzt auch noch Caramel Peanut Crunch an. Oh, hier, schaut mal. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie lecker das gerade war. Und hier, das Glas ist auch schon so voll. Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht normal. Wie gut sieht das aus? Und wie cremig ist das bitte? Schaut euch das an. Das kann doch nicht echt sein. Also diese Cremigkeit, das muss man erst mal hinbekommen. Leute, ich habe noch nie so was Leckeres gegessen. Ich versuche gerade zu überlegen, was ich sagen kann, wie das schmeckt, damit ihr euch das vorstellen könnt. Mir fällt gerade nicht ein, woran mich das erinnert, aber das erinnert mich an irgendeine Süßigkeit. Das ist eine 20 von 10. Leute, also alles, aber ganz besonders das Caramel Peanut Crunch. Ihr müsst das probieren. Ich muss jetzt nochmal mit dem Löffel hier rein. Was ist das? Das ist zu lecker, um wahr zu sein. Das schmeckt richtig doll nach Caramel. Das schmeckt eigentlich wie flüssiges Caramel. Und das ist einfach, hat Top-Werte. Das sind Top-Zutaten. Also ich finde, dass Proteinspreads generell wahrscheinlich leicht unterschätzt werden. Aber ich verstehe es nicht, weil gerade diese Proteinspreads hier, das hier, also das schmeckt auch, versteht mich nicht falsch, ich liebe das. Das schmeckt wirklich wie dieses Innere von Rocher. Okay, aber ich habe noch nie sowas Vergleichbares gegessen mit diesem Geschmack, mit dieser Konsistenz. Guck mal, das läuft da oben fast raus, wenn man nicht aufpasst. Wow, also das sind die ersten vier Produkte von GetVuel. Und dass die da sowas jetzt schon rausgehauen haben. Also wirklich crazy. Ihr müsst es unbedingt mal probieren. Nutzt gerne GetMarie10 für 10% und bestellt euch das, bevor das irgendwie ausverkauft ist oder so. Mh, es ist so lecker. Wenn ihr das schon probiert habt, ab damit in die Kommentare. Eure Favoriten in die Kommentare, das würde mich mega interessieren. Da kommt man nicht darauf klar, wie lecker das ist. Naja, das war es dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Probieren. Also macht das wirklich alles. Es ist richtig, richtig lecker. Und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mal zu testen. Und ja, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Vergesst dann bitte nicht ein Däumchen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mich gerne wissen, was wir als nächstes testen sollen. Schreibt mir einfach die Produkte unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.